Servus Leute! Willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute etwas ganz anderes. Wir sind heute Schneeschauen. Und zwar befinden wir uns momentan in Trahütten. Und man sieht schon, wir haben sehr viel Schnee. Wir haben sehr sehr viel Schnee. Gute Meter wahrscheinlich. Und dafür habe ich sogar mein Maßband dabei. Gleich richten. Schnee, Schnee. Wir haben hier mein Maßband. Das ist super. Wir wollen nicht weiterfahren. Die Bäume sind sehr schief. Wie ihr seht, hier ist ein wunderschöner Pulverschnee. Wir wollen mal schauen, wie viel Schnee wir da haben. Das sind aber knapp 73 cm Schnee. Ja. Bei uns unten ist es ein bisschen anders. Da haben wir mehr Bauzüggenschnee. Ähm, Bauzüggenschnee sage ich jetzt einmal. Und da geht es eigentlich zum Fahren relativ gut, ehrlich gesagt. Griffig, nicht rutschig. Oh, das ist richtig geil einfach. Ja, ich fahre im Winter weiter oder wieder heim. Schauen wir mal weiter. Ansonsten hoffe ich euch hat das Video gefallen. Es wird schon nicht mehr viel dazukommen. Viel weiterfahren denke ich. Nein, ich werde nicht mehr viel weiterfahren. Ich traue mich nicht. Es ist doch schwer der Schnee. Und ich bin mir vorsichtiger lieber. Auf jeden Fall. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal. Und sage jetzt noch viel Spaß mit Heimwarp. Von meiner Oma-Dum-Kurverei. Und ja, bis zum nächsten Mal. Nächste Woche ist Ausseitsspielsturm übrigens. So bin ich wieder dabei. Gegen Salzburg Cup. Und sehen wir uns so damit. Also. Ciao, ciao. Und viel Spaß. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Nein, schaut es euch gut aus. Aber ich seh mir einfach was auch nicht. Mist und deppert, schaut euch den Schnee an. Ein Wahnsinn ist das. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Auf geht's Richtung Heimat. Wie man es sehen kann, tiefster Winter auf der Weide. Im schönsten Winter. Und dann muss er gerade was auf. Und dann geht's. Und dann geht's. Alter, der Fleck da auf. Wie bist du Deppert? Kriegst du Angst? Ich bin schon zehn, ich bin schon seit zwei Stunden, eigentlich fast drei Stunden unterwegs. Na, zwei und halb Stunden eigentlich. Lustig war's auf jeden Fall. Und ich hab Schnee gesehen. Ich hab genug Material zum Schneiden. Ich hab genug Material zum Schneiden. Ich hab Schneiden gesagt, ja. Und ja. Und ja. Und ja. Und ja. Und dann muss ich aufpassen. Und dann darf ich nicht schnell fahren. Und wie gesagt, jetzt bitte immer aufpassen, wenn man sowas macht. auch natürlich. Ja. Ich wusste, da geht's mit vorne. Und die Strecken hier geht, aber es gibt Strecken, die auch nicht gehen. Ja. 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 Dann schauen wir wieder Time Warp ein, bis wir oben fahren, damit wir einen Unterschied sehen. Und ja. Viel Spaß. Bis zum nächsten Video. Und man sieht sich. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.